Es war einmal, vor gar nicht allzu langer Zeit, ein Wikinger namens Olaf. Olaf lebte in einem Wald mit vielen bösen Tieren. Tag für Tag kämpfte er um sein Überleben. Mittlerweile ist er so stark, man könnte denken, er hätte Superkräfte. Doch heute war der Tag, an dem er seine Kraft nicht mehr unter Kontrolle hatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh. Vielen Dank.